Es ist nicht leicht, Wettbewerbsvorteile zu identifizieren. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie unsere Mitbewerber und finden oft die gleichen Lösungen. Also ist es schwer, in Führung zu gehen? Vielleicht nicht so schwer, wie Sie denken. Manchmal bringt jemand mit einer neuen Perspektive bereits die Lösung. Jemand, dessen Erfahrung eine neue Sicht auf das Problem eröffnet. Auch kann ein Wechsel von Trainer und Trainingsmethode eine Mannschaft zu olympischem Gold führen. Ein schwächelndes Unternehmen kann mit einem anderen Inhaber und seiner neuen Philosophie Weltklasse werden. Wir sollten uns nicht mit den immer gleichen Lösungen für die gleichen Probleme zufrieden gehen. Wir brauchen den Mut, etwas Neues zu versuchen. Menschen zu finden, die Dinge auf der Basis ihrer Erfahrungen in Frage stellen. Das ist es, was Kockensand für Sie tun kann. Wir sind der weltgrößte unabhängige IT-Testing-Anbieter. Und unsere Erfahrung bei der Aufdeckung von Problemen lässt uns die Dinge anders sehen. Es lässt uns anders an IT-Vorhaben herangehen. Anstatt erst zum Abschluss des Projekts nach Problemen zu suchen, betreiben wir Fehlersuche von Anfang an und über die gesamte Laufzeit. Das hält das Projekt in Planungs-, Zeit- und Budgetrahmen. Wir nennen dies ganzheitliche Qualitätssicherung. Dieser unverstellte Blick verschafft unseren Kunden Vorteile. Etwa einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Wir sprechen daher von Kostenvorteilen, während andere Kosten produzieren. Wir sorgen für Leistungszuwächse, während andere Verzögerungen verursachen. Und wir stärken den Ruf, wo andere ihre Marke gefährden. Dies ist ein neuer Ansatz. Er wird die Art verändern, wie sie Dinge tun. Aber der Effekt, den wir auf ihre IT-Projekte haben, bedeutet einen spürbaren Vorteil für ihr Unternehmen. Deshalb sprechen Sie mit Kockensand, damit unsere Perspektive ihr Qualitätsverständnis ändern kann. Kockensand. Dinge mit anderen Augen sehen.